Mein Name ist Meckes. Ihr seht mich hier in einem Making of oder so. Ich mache Werbung für einer von uns. Film von Stefan Richter, sehr alter Freund von mir, war ein Teil meiner Band, als ich mal auf Tour war, als Bassist. Jetzt macht er Filme. Da ist Musik von mir drin, ein paar Lieder, ein paar Beats, egal welche Songs. Das findet ihr raus, wenn ihr reingeht in den Film und das könnt ihr auch gerne mal tun. Einer von euch. Ich muss eigentlich dazu nur eine Sache sagen und zwar, ich habe nicht nur Bass gespielt, ich habe Gitarre gespielt. Ich war die Band, Mann. Was ist? Bei Bass habe ich am schlechtesten gespielt. Am wenigsten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wieso ich es hervorhebe. Ja, Meckes hat damals gesagt, hey, magst du nicht einen Film machen? Mach irgendwas anderes. So waren, glaube ich, meine Worte. Wenn er jetzt einen Film gemacht hat. Also, Grüße, einer von uns. Die erste Dame hat dir was gefragt. Was ist denn los mit dir? Bist ein Komiker.